hey hey da draußen ich bin's der frank mit einem neuen let's play nämlich let's play 163 und ich bin jetzt doch noch vor dem umzug dazu gekommen ein let's play aufzuzeichnen vielleicht werden es auch zwei damit ihr noch material habt bis ich dann in der neuen wohnung auch internet habe und ja zeitgleich zu diesem let's play kam auch schon das update 13 wie ich gerade gesehen habe das habe ich mir gerade installiert das heißt wir werden das let's play mit update 13 spielen ich bin mal ganz gespannt was da so alles passiert ist ja wie haben sie geschrieben es ist das umfangreichste update bis jetzt und das durchlesen lohnt sich ich lese mal ganz kurz vor um was es geht also update 13 interhält jetzt internationale jugendcamps ja das heißt ihr könnt internationale jugendcamps in verschiedenen ländergründen ja und die preise sind je nach land unterschiedlich die qualität der jugendspieler hängt dann insbesondere vom talent pool des landes und der dortigen konkurrenz situation durch andere vereine ab und ich habe überlegt hey wenn ich genug geld habe warum nicht eins aufmachen mal gucken was da so passiert es gibt halt ja nach stufe variiert das zentrum vier sechs acht oder zehn spieler die trainingsmöglichkeiten die schule und das medizinische zentrum machen das camp dann für talente attraktiv schwächere spieler können wieder weggeschickt werden um platz für bessere zu schaffen u19 jugendcamps spieler können dann in den eigenen jugendkader übernommen werden sobald sie die gewünschte stärke erreicht haben das ist nur mal so ein kleiner auszug aus diesem dann das match es gibt jetzt zuschauer im stadion mit fanblöcken fans stehen bei spannenden szenen auf torjubel feierlaune mit schals und so weiter ich bin schon ganz gespannt dann doppelpässe laufduelle kopfplatzwunden verbesserung bei der darstellung der torhüter im match besonderer spieler jubel allgemeine erweiterung der matchtexte gibt es um neue varianten dann neue mannschaftstaktiken flanken flache hereingaben angriffe durch die mitte und über die flügel überzahlspiel unterzahlspiel erweiterte spielergespräche gibt es vor dem spiel dann gibt es weitere begründungen für auswechsel dann aufgabenverteilung ecken etc kann noch während des spiels unter anweisungen geändert werden dann erzielte tore und eigentore werden als kleine bälle in der aufstellung angezeigt wie bisher auch bei den gelben karten zwei schnellere und zwei langsamere darstellungsstufen für die geschwindigkeit der spielszenen alle modi und dann gibt es noch neue optionen bei den spielergesprächen aber das werden wir dann einfach mal selber sehen was da so alles kommt es gibt noch andere neuigkeiten wie zum beispiel wenn man ein stadion die banden werbung ausbaut kann man diese jetzt ebenfalls verkaufen die preise sind natürlich reduziert da nur im stadion und nicht im fernsehen sichtbar die gesamtanzahl der verkauften trikots wird jetzt bei den fanartikeln mit ausgegebenen ja saison prognosen bei den fernartikeln rekordverkäufe pro woche und saison angezeigt dann stark erweiterte fan kommentare scout aufträge können jetzt gespeichert und jederzeit wiederverwendet werden höhere budgets wenn man im vorstand ist dann transfers der aktuellen saison werden jetzt auch direkt in der abteilung angezeigt das ist genau das was mir gefehlt hat dann die 50 plus 1 regel kann abgeschafft werden ab der vierten saison dann vergrößert der spielbericht jetzt auch mit derbys liga aufstellungen toren vorlagen noten möglichkeit nach einem langen erfolgreichen karriere wieder neu anzufangen und auch aus einem vertrag heraus wieder einen kleinen verein zu übernehmen dann gibt es anzeigen der sperren aller wettbewerbe im spieler info fenster aufstellung im menü spieler liste fuß ergänzt aufstellung im match alle fehlenden spalten hinter in der tabelle ergänzt alter etc die entwicklung von form noten und spiel resultaten kann im spieler info unter saison für jeden spieler als balkendiagramm angezeigt werden spionage bei gegnerischen jugendteams sind jetzt möglich dann diverse statistiken wurden überarbeitet hilfreiche spalten ergänzt manager ultimatum und manager prüfstand druck auf den manager bei geringer beliebtheit beim vorstand unter 60 dann gibt es noch spieler neu bewertungen da werden jetzt im jahreskalender angezeigt anfragen für freundschaftsspiele für einen guten zweck sind möglich anzeige der zuschauereinnahmen nach dem spieltag für alle spiele dann und 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 der co-trainer weist darauf hin wenn spieler auch im training an einer neuen position arbeiten könnten das wird dann schneller gelernt finde ich auch noch recht gut aktionspunkte wird es dann auch für erfolge im weiteren spielverlauf geben maximal können 50 punkte gesammelt werden für gesetzte spieler kann jetzt in der regelbasierten aufstellung auch eine position festgelegt werden entwicklung abteilungsleiter neu erstellt spezifische gründe für auf und abwertungen und 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 die liste ist noch total lang dann gibt es auch ein transfermarkt tuning es gibt einen neuen schwierigkeitsgrad der nennt sich transfermarkt ist die verpflichtung von starken spielern schwieriger diese kommen gar nicht mehr oder es werden ein oder zwei aktionspunkte fällig angebote für eigene spieler werden weniger wenn diese nicht auf dem transfermarkt sind vor allem auch reduzierung des herauskaufens bei längerfristigen verträgen das finde ich auch gut das heißt du musst aktiv werden wenn du spieler loswerden willst dann gibt es noch leicht geringere start angebote verhandlungen sind etwas schwieriger schwieriger leicht erhöhter geldverlust dann mehr angebote auch für schwächere spieler wenn diese sich lange auf der transferliste befinden dann gibt es noch sonstige tunings auf die ki gab es war es auf die torhüter entwicklung die anzahl gehaltener elfmeter und freistöße erhöht im vergleich zu posten latte und so weiter es ist einiges was dort geändert worden ist und man kann auch jugendspieler fotos zuweisen und 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 viele bugs wurden gefixt und und vieles vieles mehr aber ich würde sagen es reicht jetzt ich habe keine ahnung wie lange jetzt knapp fünf minuten über das update 13 geredet ich würde sagen wir gehen einfach mal rein und dann schauen wir einfach mal weiter und wir haben ja noch das rückspiel gegen atalanta bergamo und da bin ich schon ganz gespannt was da auf uns zukommt weil ja wir könnten aus der champions league ausscheiden wir könnten aber auch weiter kommen ich habe keine ahnung was hier auf uns zukommt bzw was noch passiert ich lasse mich überraschen wird sicherlich lustig und ich bin froh dass ich noch eins machen kann so die auslastungslinien sind jetzt auch anders wie ihr seht haben sich die farben geändert blau dann rot das heißt hier wird es dann auch blau wahrscheinlich wenn ich hier noch ein einstelle dann wird es wahrscheinlich rot bleiben das heißt ich müsste sogar nur auf 1 runter aber wie gesagt das sind alles so themen wo ich sage mit 75 ist es grün das ist schön 60 ist blau das heißt da könnte man noch einen wegnehmen mache ich aber nicht so hier sehen wir dass ich fast alles verletzt habe was irgendwie ja möglich ist wenn man so will wir werden einfach mal mit den spielern sprechen die noch länger verletzt sind ich kann gar nicht mit dem sprechen okay das wird jetzt wohl ein bug sein kann das sein oder kann ich nur mit ihnen sprechen wenn sie okay mit dem kann ich zum beispiel sprechen mit dem auch mit dem an nicht okay der wird wahrscheinlich gleich wieder gesund sein ich weiß gar nicht aber ist egal das lassen wir jetzt einfach so wie es ist so dann schauen wir mal weiter ich werde sicherlich einiges sehen was sich geändert hat ich bin schon ganz gespannt und ihr denke ich mal auch ich gehe einfach mal ganz schnell durch guckt euch mal das an okay da kann ich noch mal runter gehen da gehe ich auch noch mal runter vielleicht haben sie das auch noch mal angepasst man weiß es nicht aber im endeffekt ist es ja egal so das passt auch das passt auch und das sowieso dann würde ich sagen klicke ich einfach mal weiter ich bin gespannt was passiert weiß gar nicht ich habe jetzt ein paar tage nicht nichts mehr machen können gar nichts und deswegen bin ich mal gespannt ja wir müssten jetzt mache ich hier mal aktive erholung hier lassen wir das gegenpressing drin oder würde ich sagen sogar für die kondition was die frage ist bringt mir irgendwas was für die kondition ist eine schwierige frage der ausdauerlauf war ja eigentlich immer ganz gut für die kondition die frage ist bringt mir der jetzt was ich lasse ihn einfach mal drin so hier gehen wir dann hin und machen wieder unser schönes fitness programm dann noch mal das pressing und dann haben wir das spiel gegen basel was ja auch wichtig ist und man kann ihr habt unten gesehen im kalender noch ein trainingslager planen mache ich das mache ich das nicht nein natürlich mache ich das nicht wir lassen das atalanta bergamo halbfinale jetzt auf uns zukommen und ich werde dann auch mal stadion einstellen und schauen was da passiert so ich setze aber auch mal den kopfhörer auf damit ich hier auch noch was miterleben kann so kleine sekunde kopfhörer ist auf ich bin total gespannt irgendwie ja ich kann es euch gar nicht erzählen wieso weshalb warum 125 zu 114 ich müsste defensiv spielen wir gucken jetzt mal hier ist schwierig wir würden ihn hier nehmen macht am meisten sinn 10 7 11 0 wir machen das einfach mal so unser sturm ist immer noch schwach aber das ist okay so vorsichtig offensiv offensiv oder sogar defensiv das ist die frage rein theoretisch muss ich offensiv auftreten geht gar nicht anders oder kann sich immer noch ändern hier gehen wir auf tag und nacht hier gehen wir auf periodisch das lassen wir bis ist konnte machen wir trotzdem an hoch so soll ich jetzt noch mal ein bisschen über die flügel gehen ich würde sagen ja wir gehen mal noch mal ein bisschen rauf keine ahnung was passiert ob was passiert überall 20 prozent ist eigentlich recht ausgeglichen wir gucken einfach mal so wir spielen dann kontrollierte offensiv oder spielen wir angriffsfußball mit kurzen pässen was macht denn hier am meisten sinn am meisten sinn wird das machen weil es halt ja weil alles grün ist ja direkter angriffsfußball ist wahrscheinlich zu viel angriffsfußball mit genau so würden wir agieren ich weiß nicht ob es was bringt atalanta hat das letzte spiel unentschieden gespielt wir gucken einfach mal und dann sehen wir schon was passiert ach ja wird sicherlich lustig so der schwächere außenverteidiger ist er hier auf den wir aber mal gehen dann werden wir auch ja wir werden einfach mal gucken so das war nein 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 so wollten wir das machen ah ja hier stehen auch die stärken jetzt dabei das ist genau das was noch abgegangen ist schön dass das jetzt dabei steht haut alles rein was ihr habt okay da werden bestimmt ein paar karten auf uns zukommen so wird heute sein tag oder du machst heute hinten dicht dann milz das wird heute dein tag und auch der urea wo ist er deine schnelligkeit bringt uns weiter wäre schön ich habe jetzt hier noch einen punkt auf wut den ich ausgeben könnte okay da haben wir nichts mehr da haben wir auch nichts mehr das heißt ich habe noch nicht mal wut das heißt wir können nichts machen aber das ist das wichtigste spiel des jahres das ist so wir ballern mal 45.000 rein ja der tag weiß nicht ob der was bringt und dann würde ich sagen können wir gar nicht mehr so viel machen oder ich glaube nicht so ich habe mal stadion gemacht weil ich die fans sehen will ui es gibt fans und schon eine gelbe karte und das blaue da unten ist wahrscheinlich ein bug oder ja das sieht nach back aus da unten müsste ich wohl reporten so baptist baptist geht baptist da ist urea zu und da ist das tor kaisu mit dem ersten tor wir müssen noch mindestens drei machen und dann steht einer im abseits so ich stelle das gleich noch mal um weil mich das gerade stört adu michael adu dribbelt michael adu schießt tor 4 zu 2 wenn man das hinspiel mit rechnet so eqbal ismail gabi baptist abseits urea so ich komme noch nicht mal dazu jetzt sehe ich was oh oh milev sehr schön jetzt gibt es den konter ah ich weiß was das ist das ist das stadion deswegen sehe ich das tor nicht ah das ist die rückwand von der tribüne so kaisu immer noch ist nicht halbzeit angesagt urea milz schieß das war nix schade jetzt kommt atalanta bitte mach kein tor latte und dann ist der ball drin christian capone hat es gemacht so jetzt mache ich mal kurz pause wollte ich gerade sagen jean pierre mit der gelben karte so und jetzt stelle ich nochmal um auf szenen weil ich das nicht haben kann wenn es da unten so blau ist das ist irgendwie sehr komisch so es sagt ja dass das was wir machen richtig ist wir gucken einfach mal was passiert francesco rillo der links außenverteidiger mit dem eckball ball ist da und da ist das ding drin davide konstanzo ja 22 wird uns nicht reichen das heißt wir müssen auf alle fälle ein bisschen aufmachen geht nicht anders das ganze kurz vor der pause ja ich glaube schon dass wir aus der champions league ausscheiden werden so ich mache die fans mit an vielleicht sehen wir da auch noch andere sprüche mal gucken gelbe karte ismael gabi so es ist pause pause ist schon mal gut urea kann man mal sagen dass er super spielt gut milev kann es besser aber es ist weiß er selber so was machen wir noch wir machen extra motivation da hat er gut gesagt erziehungs ratgeber direkter angriffs fußball voller attacke gut direkter angriffs fußball würde ich sagen wir gehen hier auch noch ein hoch und dann schauen wir mal atalanta wieder ja ich muss offensiv spielen müssen mindestens noch fünf tore machen ich glaube nicht dass das passiert weil da kommt schon wieder eins von atalanta ja ja das ding dürfte durch sein es gibt eine rote karte für jamal baptist da kannst du auch nicht viel machen immer nur mit der dreierverteidigung ja ja das ding ist durch eine gelbrote für gabi ok wir spielen nur noch mit neuen spielern warum auch nicht warum auch nicht kann man mal machen ja ja das ding ist durch kann ich jetzt auch mal die spielzähne schnell machen so viel schneller sind sie nicht ei 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 was für eine blammer arsch so ole 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 gelbe karte osaku ja da war es wahrscheinlich doch zu viel was ich gespielt habe neutral hätte mir nicht geholfen hat gut ausgesehen stan mills bedankt sich bei ihnen und ist glücklich dass ihr vertrauen mit einer guten leistung gerechtfertigt hat ja er gewinnt einen punkt zufriedenheit schön das finde ich ja noch nett dass das passiert ist dann können wir uns also wieder nur um die liga kümmern und schauen einfach mal was da so passiert leistung mannschaft ich hätte jetzt gut gesagt aber ja wir machen schlecht was sagen sie zu den mitgereisten fans pfiffe gegen mannschaft berechtigt und was sagen sie zum gegner eine andere liga das war's dann und so wie es aussieht spielt atalanta gegen turin macht sinn wir haben in den wettbewerb 40,3 millionen eingenommen der verein hat für sein land insgesamt vier punkte für die fünf jahreswertung geholt und in der kalkulation hatten sie nur mit 150.000 franken gerechnet ja das machen wir für die notbremse nur ein spiel statt zwei spiele das ist gut und das ist sehr gut und dann schauen wir mal am 35 spieltag am vorletzten wie es gegen basel läuft werden wir erster bleiben werden wir zweiter werden und überhaupt und hin und her sind unsere leute noch fit genug dieses spiel zu meistern nach dem spektakel in bergamo ich kann es euch nicht sagen ich kann es euch nicht sagen ich kann nur eins sagen wir sind ja ihr seht es ja selber wir sind nicht die stärksten das heißt wir müssen jetzt sogar wieder ein bisschen runterschrauben wir spielen zielgerichtet ballbesitz fußball ruhiges aufbauspiel wir spielen defensiv was anderes kann ich nicht machen ich kann die konter noch ein bisschen hochfahren macht sogar am meisten sinn die 20 prozent überall sind gut ja was haben wir denn hier neun okay ja ich bin halt schwach ich bin halt schwach wir könnten über die außen kommen wir können es aber in die mitte lassen dann würde ich die mitte wieder nehmen so du kriegst ihn hier ihn hier dann nehmen wir ihn fahren hier nochmal ein bisschen runter du bist heute unüberwundet erwindbar Kai Su das wird heute dein Tag dann reden wir nur mit den beiden so jetzt könnte ich hier den Wutpunkt noch einsetzen wir haben was bei den Fans gut zu machen das ist so ich gebe nochmal 37.000 rein und würde sagen wir gehen mal los und dann schauen wir einfach mal was passiert Basel, Basel, Allee, Allee genau St. Gallen, St. Gallen 15 Minuten rum noch nichts passiert das ist gut auch ein Unentschieden ja wird mir nicht unbedingt helfen und jetzt kriegen wir eine rote Karte kann es sein dass Update 13 ein bisschen was mit den Karten gemacht hat keine Ahnung tja sie hat also schon gewechselt wenn ich das richtig sehe die gute Lara oh oh wir spielen einfach mal weiter jetzt ist Halbzeit Kai Su ist halt heute nicht der stärkste ja gut wir müssen auch nicht jedes Mal Erster werden ist schon okay so wie es ist so Eckball Franco Fonte für Basel Ball kommt Juan ist da Camberi den kennen wir ja auch noch und dann kriegt Juan die rote Karte und St. Gallen greift an Penayo auf Su Su auf Urea und der Goalie ist da und hat gehalten nochmal St. Gallen Baptiste wir sehen jetzt sogar Bandenwerbung nach Update 13 Urea der Ball ist drin sehr schön 68 Punkte haben wir IB 63 das würde heißen wenn es so bleibt sind wir wieder Meister nochmal St. Gallen Penayo Fahnen wird von Camberi gedeckt und Camberi schießt den Ball ins Aus Einwurf Remigio Urea auf Penayo Penayo hoch auf Modra Ngovic der schießt auf Urea der nochmal an die Latte Nachschuss drüber knappes Ding Mambundu ist jetzt drin und Scheibel so da ist Perez für Basel Baumann Brewster und da ist das Tor Stagic macht es 66 zu 63 was die Punkte angeht Ismail Gabi mit dem Eckball Ball kommt auf Urea Urea auf Penayo aber Karagiris hat aufgepasst nochmal Basel ja verlieren sollte man nicht Milev drin an dem Pfosten abgewehrt und der Nachschuss drüber 6 Minuten noch bis zum offiziellen Ende St. Gallen nochmal Penayo Eitamir Gabi Modragovic auf Urea der auf Milz Stan Milz macht das Tor Stan Milz zerstört mit einem gezielten Tritt die Eckfahne und liegt Jubel auf dem Boden das war das Karate Kid Symbol ja jetzt wird das Tor überprüft und wird wegen Foul nicht gegeben das ist hart Freistoß Ismail Gabi Ahne den Pfosten vom Pfosten ins Tor sehr schön Ismail Gabi flippt nach seinem Tor komplett aus kann ich verstehen gibt bestimmt noch eine gelbe Karte ausziehen Trikot und so 90 2 3 Bumm aus Kai so bedankt sich bei ihnen ist glücklich und so weiter ausgelassen mit Kollegen gewinnt einen Punkt Zufriedenheit sehr schön das gefällt mir so wie hat Ebay gespielt 3 zu 0 gegen Zürich verloren ja und wie ihr das so richtig seht es ist noch ein Spiel das heißt wir sind wieder Meister ist das nicht schön herrlich das gefällt mir ja natürlich reden wir drüber 4 Spiele Sperre oh mein Gott ich bin mal gespannt ob das jetzt so bleibt oder dass es so viele roten Karten gibt oder ob sich das nochmal ändert aber das sehen wir ja dann so jetzt kommt das letzte Spiel der Saison gegen Aarau ich würde gerne Regeneration trainieren die Spieler sind jetzt auf 79 ok warum auch nicht so ich habe wieder was vergessen wie immer aber passt schon wir könnten noch eine Party organisieren komm das machen wir am Mittwoch Abend ich glaube da freuen sich die Leute drüber dann würde ich sagen hier gibt es ja nichts wo ich sagen würde das lohnt sich ja außer das das haben wir aber schon gesehen gehabt hier ist jetzt auch wieder grün das heißt ja macht sich jetzt alles ein bisschen besser bemerkbar ich finde das gut das heißt das können wir uns dann nochmal am Ende der Saison anschauen aber jetzt gehen wir erstmal und schließen die Saison ab ein Team Event mit bis vor ok können wir machen warum nicht schön schön dass es jetzt lauter neue Sachen gibt wir machen das einfach mal wie es vorgeschlagen ist 5 Tage 6 Tage noch zum Spiel gegen den FC Aarau ach ja ist das schön wieder Meister Champions League im Halbfinale diesmal ausgeschieden schade aber das Pokal Endspiel haben wir auch noch oder habe ich da was verpasst ich weiß es gar nicht mehr ganz ehrlich ich glaube das haben wir auch noch so Training war anstrengend japp passiert wir wollen aber gegen den FC Aarau noch gewinnen das wäre schön vielleicht stelle ich dann nochmal um so das Bootcamp ist durchgeführt Spiele müssen sich an der Nacht in der Natur durchschlagen sie lernen wie man einen Wetterschutz errichtet lesen Spuren und machen aha ok schön passt ja wenn es Spaß gemacht hat einen Tag vom Spiel einfach mal draußen übernachten draußen ist es schön sollen wir nochmal auf das Stadion gehen und gucken wie es dann aussieht ich finde das mit den Fans ist schon lustig nur man sollte auch das Stadion komplett sehen so jetzt gehen wir mal auf die Lara die Lara hat jetzt nochmal eingestellt sieht gut aus 113 94 dann könnten wir kontrollierte Offensive spielen vorsichtig offensiv ich lasse das jetzt alles zielgerichtet ist eh das letzte Spiel so das braucht man eh alles nicht wenn ich Co-Trainerin wenn ich die Co-Trainerin das machen lasse sagt sie defensiv nein 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 das machen wir nicht das machen wir nicht wir spielen das schon so so machen wir das so was haben wir da 8 3 9 4 dann nehmen wir natürlich ihn hier erstmal kriegst du einen du kriegst auch einen obwohl du brauchst keinen da reicht der eine dann nehmen wir ihn hier das können wir noch machen hier ist alles weg auch okay brauche auch kein Geld mehr geben sieht für mich gut aus und dann schauen wir mal was passiert ich gehe nochmal auf Stadion ja jetzt sieht das gut aus schauen wir mal das ist jetzt Araw nein das sind wir zu vorbei gelbe Karte Bozovic gelbe Karte Princeton Rebello da sind wir wieder Michael Adu Adu Bozovic Urea das Ding ist drin die Fans jubeln und winken mit dem Schal ist ja lustig Freistoß Ismail Agavi erinnert mich an früher ein bisschen der war knapp gelbe Karte Diego Penayo so dann können man der zweiten halbzeit sogar noch leute ein wechseln die noch nie gespielt haben gut gibt es eher weniger aber ja Ismail Gabi mit dem Eckball Bozovic zu Michael Adu Urea auch wieder knapp vorbei Ismail Gabi mit dem Freistoß der Ball ist drin die Fans jubeln wieder schön August Dingeland hat das 2 zu 1 gemacht wir aber nochmal mit Eckball und dann Penayo Baptiste an die Latte von der Latte im Store Jamal Baptiste schön so jetzt ist Halbzeit haben wir denn irgendjemanden dabei der so gut wie noch nie gespielt hat eigentlich nicht könnte nochmal Stuba ein wechseln für Milev dann hat Milev Hallo ein bisschen Zeit sich auszuruhen Scheibel könnte ich bringen für Penayo und dann darf Rauch nochmal die Urea der hat auch schon lange nicht mehr gespielt dann Abbas brauche ich nicht dann habe ich noch Mercado dafür Michael Adu den bringen wir mehr in die Richtung und das rechte Mittelfeld dann haben wir es eigentlich alle dann passt das schauen wir mal was passiert 60 Minuten rum Ismail Gabi mit der gelben Karte 70 Minuten rum Ismail Gabi Freistoß Ball kommt schön landet im Netz ein zwölftes Tor gemacht Ismail Garbi noch eine gelbe für Aarau so dann sind wir noch mal dran item mehr auf zu dann ist Rauch da der läuft bestimmt nach vorne und dann Stan Mills im Abseits ist aber nicht schlimm läuft für uns aber es lief es ja vorhin auch außer jetzt in der Champions League aber wir sind auf einem guten Weg und ich finde das Update 13 hat sich bis jetzt gelohnt so da haben wir es 71 Punkte gemacht 43 ist die Tordifferenz 78 35 passt wir haben insgesamt neun Niederlagen 5 Unentschieden und 22 Siege kann man jetzt nicht meckern würde ich mal sagen so Kollege will gerne die Spielermarkt Sondierung von mir sich anschauen tja wir haben den Titel Reifersen Super League gewonnen schon wieder ich erhalte 250 Manager Punkte ihr seht was das heißt dann haben wir die Champions League Quali geschafft ihr Verein erhält eine Prämie von 300.000 persönliche Prämie von 350.000 Franken kommt hinzu schön Stufe 11 Motivation endet nach zwei Niederlagen die Frage ist es gibt einen freien Bonus Boost wem boostern wir denn hier nehmen wir das sieht auch gut aus ihr wäre dann ziemlich weit ja machen wir das oder der einzige wo ich sagen würde der ist jetzt in der Nähe Michael Adu wäre auch noch möglich ja komm wir boostern ihn 10% des Trainings Ziel ist verfallen über 9% möchten wir einen Bonus Boost wirklich einsetzen aber gut dann nehmen wir lieber Mambundu wo ist er da oben dann nehmen wir ihn wollen wir und weiter geht's so was machen wir eine gute Frage gehen wir auf Fähigkeiten verbessern sich beim Medienumgang wichtige Spielansprache halten komm das hört sich doch auch gut an so da ist jetzt Mambundu nachfolgende Trainingsziele sind jetzt neu aktuelles Trainingsziel Voraussetzung fehlt und blockiert das sehen wir ja alles so blockiert ist klar weil wir müssen noch ja Zweikampf was haben wir noch Zweikampf plus Kreativität ah ich kann jetzt ah okay das ist auch lustig das heißt wenn ich jetzt hier hingehe dann habe ich hier zwei und hier habe ich drei macht Sinn finde ich noch interessant so was haben wir denn hier Mann Deckung Kreativität Zweikampf also Mann Deckung macht Sinn dann nehmen wir hier Data und da Data genau neue Aktionspunkte nationale Meisterschaft sechs haben wir jetzt insgesamt zwei Aktionspunkte dazu schön und ich würde sagen damit endet das Let's Play 163 und ich denke wir sehen uns bestimmt noch einmal bevor es vielleicht mal ein paar Tage Pause gibt aber das sehen wir dann ich sage jetzt erstmal Ciao und ja dann sehen wir uns morgen nochmal Ciao Ciao macht's gut für euch am Mikro war der Frank ich hoffe ihr hattet auch Spaß und in der neuen Saison da werden wir sicherlich einiges reißen Champions League und Co lassen grüßen wir verkaufen ein paar Spieler kaufen neu ein alles das sehen wir dann noch in den nächsten Wochen also macht's gut Ciao Ciao